In diesem Video schauen wir uns die neue Showdown-SPC zu Milner und McTominay genauer an. Viel Spaß! Die beiden Mannschaften Liverpool und Manchester United spielen am Sonntag um 17.30 Uhr gegeneinander. Der Spieler, dessen Verein das Spiel gewinnt, bekommt ein Plus-2-Upgrade, bei einem Unentschieden bekommen beide ein Plus-1-Upgrade. Du hast auch ungefähr bis zum Anstoß Zeit, die SPCs abzuschließen. Natürlich ist das ein absolutes Top-Spiel. Es ist der erste gegen den zweiten aus der Premier League. Beide haben gleich viele Punkte, wobei Liverpool sogar ein Spiel mehr hat. Von der Form her ist auch Man U besser drauf. Liverpool konnte aus den letzten 5 Liga-Spielen nur 2 gewinnen, Man U immerhin 4. Den Heimvorteil hat jedoch Liverpool. Insgesamt würden wir Liverpool als leichten Favoriten ansehen, da sie einfach nur einen Tick stärker sind und in den letzten Jahren gegen größere Teams einfach erfolgreich waren. Schauen wir uns jetzt die beiden Karten genauer an. Milner hat 3-stände Skates und 4-stände Weakfoot. Dazu hat er die guten Arbeitsraten hoch-hoch. 80 Antritt sind bei dem Tempo echt gut für die Position. Auch 74 Abschluss sind nicht verkehrt, dazu hat er sogar 97 Schusskraft, was richtig stark ist. Auch voll gut sind Milners Passwerte, wenn 88 kurzer Pass und 85 langer Pass. Auch ziemlich stark sind die Dribbling-Werte. R92 Ruhe, dazu 89 Reaktionen und auch knapp 80 Beweglichkeit und 80 Balance. Das ist für diese Position echt ziemlich stark. Die Defensivwerte könnten etwas besser sein, wobei diese auch noch voll okay sind. Dazu hat Milner starke 92 Ausdauer und immerhin 74 Stärke. Die beiden Kopfballwerte sind dafür eher schlecht. Wir würden hier klar ein Shadow empfehlen, um noch mehr aus dem Tempo rauszuholen und auch wie gesagt die Defensivwerte müssen noch verbessert werden. Milner ist natürlich sehr einfach einzubauen. Er hat einige Perfect Links, unter anderem zu Joe Gomez und ansonsten natürlich Strong Links zu Rashford, Walker und vielen weiteren Spielern. Kommen wir jetzt zu McTominay. Er hat 3-ständige Skills und 3-ständige Weakfoot, ist sogar 1,93 Meter groß und hat auch die Arbeitsraten hoch hoch. McTominay hat leider etwas weniger Antritt, dafür mehr Sprintgeschwindigkeit. In Verbindung mit den eher schwächeren Werten, Beweglichkeit und Balance, würde er sich wahrscheinlich etwas behäbiger anfühlen. Die anderen Dribblingwerte sind bei ihm aber voll in Ordnung. Auch er hat noch voll okaye Schusswerte für die Position und auch die Passwerte sind sehr ähnlich. McTominay hat gute Defensivwerte, die sind alle sehr außerglichen. Überragend bei ihm sind die Physiswerte, mit 91 Stärke, 92 Aggression und auch wieder guten 91 Ausdauer. Auch bei McTominay würden wir einen Shadow empfehlen, um das Tempo und die Defensive zu pushen. McTominay hat natürlich Links zu einigen Men-Yu-Spielern, zum Beispiel Pogba, Bruno Fernandes oder als Schotter auch zu Robertson. Milner liegt in unseren Augen bei den Stats etwas vorne, weil er etwas mehr Antritt hat und zudem deutlich bessere Dribblingwerte. McTominay hat dafür bessere Defensivwerte und natürlich bessere Physiswerte. Milner kann man insgesamt dazu etwas einfacher verlinken. Schauen wir uns jetzt mal den Preis der beiden Karten an. Für Milner musst du drei Teams abgeben, einmal mit einer 83er Bewertung und zweimal eine 84er Bewertung. Dieser kostet aktuell 200.000, wenn du alle Spieler kaufen musst. Dazu bekommst du noch drei Packs mit immerhin 36 Spielern. Für McTominay musst du zwei 83er und ein 84er Team abgeben, also etwas weniger. Aus den Packs bekommst du auch noch etwa 30 Spieler. Er kostet mit 160.000, etwas weniger als Milner. Gibt es Alternativen auf dem Markt? Aus der Premier League gibt es im defensiven Mittelfeld einige gute Spieler. Zum einen gibt es hier den defensivstarken Kanté, dieser hat wirklich Topwerte für einen Sechser und kostet 200.000. Ähnlich zu ihm ist noch ein Didi in der Live-Version, der sich ja auch noch upgraden könnte. Ein ziemlicher Allrounder ist dazu noch Wijnaldum, der auch echt starke Werte hat und bloß 25.000 kostet. Kommen wir zum Fazit. Generell sind beide Karten eigentlich zu teuer für ihre Stats. In den Preis fliegt vor allem noch die englische Liga mit rein. Auf der Position gibt es in anderen Ligen bessere und deutlich günstigere Karten. McTominay und Milner sind ungefähr gleich auf und nehmen sich in den Werten nicht so viel. Liverpool hat die etwas größere Chance zu gewinnen, daher ist Milner auch teurer. Abschließend würden wir eher beide Karten lassen, zumal man hier wirklich nicht sagen kann, wer das wichtige Upgrade bekommen wird. Spart euer SPC-Futter lieber für andere Karten. Was sagt ihr zu dieser Schaulein-SPC? Schreibt uns eure Meinung, gerne in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.